Ich denke, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert und im letzten Drittel fällt uns vielleicht ein bisschen die Durchschlagskraft und Sturm macht ihm halt erst zwei Chancen, zwei Tore. Keine Ahnung eigentlich. Nach dem 1-0 wollte Sturm 70 Minuten lang glaube ich das 1-0 über die Bühne bringen und hat eigentlich nichts mehr fürs Spiel gemacht, sondern nur eben als Kontern gefährlich waren und wir haben es wieder mal nicht genützt. Ja, sicher nervt es. Ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Einstellungssache, wie jeder in den Ball geht und ob jeder den Ball mit 100 Prozent verteidigen will, da müssen wir uns alle zusammen an der Nase nehmen. Das darf uns einfach nicht so oft passieren. Mitnehmen kannst du nach einem 2-0 zu Hause gar nichts eigentlich nicht. Du kannst genau das Spiel analysieren und bearbeiten oder keine Ahnung und dann ja in einer Woche geht es eh schon wieder weiter und irgendwann müssen wir auf den Scheiß raus.